Die österreichisch-ungarische Monarchie, Ungarisch-Ostrachmagia Monarchia, kurz Österreich-Ungarn, informell auch K.U.K., Doppelmonarchie genannt, war ein Gesamtstaat in der letzten Phase des Habsburger Reiches in Mittel- und Südosteuropa für den Zeitraum zwischen 1867 und 1918. Er bestand nach dem Umbau des Kaisertums Österreich zu einem Staatenverband auf der Grundlage des österreichisch-ungarischen Ausgleiches vom 8. Juni 1867 bis zum 31. Oktober 1918. Die österreichisch-ungarische Monarchie setzte sich aus zwei Staaten zusammen, aus den im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern, inoffiziell Cis-Lithenien und den Ländern der heiligen Ungarischen Stefans Krone, inoffiziell Trans-Lithenien. Hinzu kam das seit 1878 von Österreich besetzte Gebiet Bosniens und der Herzegowina, das 1908 als Kondominium nach langen Verhandlungen der Monarchie einverleibt wurde. Die verfassungsrechtlichen Ausgleichsvereinbarungen sicherten im Sinne einer Realunion die Gleichberechtigung der beiden Staaten im Verhältnis zueinander. Gemeinsames Staatsoberhaupt war der Kaiser von Österreich und apostolische König von Ungarn aus dem Haus Habsburg-Lothringen. Von 1867 bis 1916 herrschte Franz Josef I., danach bis 1918 sein Großneffe Karl I. IV. Mit rund 676.000 Quadratkilometer war Österreich-Ungarn nach der Annexion Bosniens und Herzegowinas 1908 flächenmäßig erneut der zweitgrößte und mit 52,8 Millionen Menschen bevölkerungsmäßig der drittgrößte Staat Europas. Sein Staatsgebiet umfasste zuletzt die Territorien der heutigen Staaten Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie Teile des heutigen Rumäniens, Montenegro, Polens, der Ukraine, Italiens und Serbiens. Der Erste Weltkrieg der Zerfall alt Österreichs Ende Oktober 1918 durch die Gründung der Tschechoslowakei, des SHS-Staates und des Staates Deutsch-Österreich, der Austritt Ungarns aus der Realunion und deren Verlust ihrer Nebenländer und diverser Landesteile sowie 1919 der Vertrag von Sankt. Gemmer führten zum bzw. besiegelten das Ende von Österreich-Ungarn. Die nachfolgende Republik bewahrte den österreichischen Namen, schaffte den Adelstand ab und verwies die Habsburger des Landes. Nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen der nachfolgenden Jahrzehnte gibt es im heutigen Österreich wie auch einigen anderen Nachfolgestaaten eine größtenteils positive Erinnerungskultur zur Habsburger Monarchie bzw. Zu Österreich-Ungarn Staatsname Die amtliche Staatsbezeichnung österreichisch-ungarische Monarchie wurde vom Kaiser und König Franz Josef I. am 14. November 1868 durch ein Handschreiben festgelegt. Alternativ formierte die Doppelmonarchie auch als kaiserliche und königliche Monarchie Österreich-Ungarn, was zu der informellen Bezeichnung K.U.K. Monarchie und dem scherzhaften K.K.N. führte. Da die Donau den Doppelstaat auf einer Länge von etwa 1300 Kilometer durchfloss und seinen Hauptstrom bildete, spricht man auch von der Donaumonarchie. Wegen der staatsrechtlichen Konstruktion der beiden Reichsteile ist ebenso die Bezeichnung Doppelmonarchie gebräuchlich, mit dem kaiserlichen Doppelatla, den die Ungarn nicht führten, hat dies nichts gemein. Das kaiserliche Österreich wurde bis 1915 offiziell meist die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder genannt. In offiziell hingegen in der Politiker- und Juristensprache nach dem Grenzflussleiter auch Cis-Lithenien. Das königliche Ungarn firmierte amtlich als die Länder der heiligen ungarischen Stefanskrone und dementsprechend auch als Translithenien. Der Begriff Österreich als zusammenfassender Begriff für die cis-lithenischen Länder wurde erst 1915 offiziell eingeführt. In der Literatur wurde das kaiserliche Österreich auch als Kalkanien bezeichnet, ein Ausdruck, der aus dem Roman Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Mussel stammt und sich aus dem für die cis-lithanische Reichshälfte verwendeten Kürzel K. K. ableitete. Insignien Österreich-Ungarn besaß keine gemeinsame Staatsflagge, jedoch eine gemeinsame rot-weiß-rote Seekriegs- und Marineflagge, zuvor bereits seit 1. Jänner 1787 geführt. Truppenfahnen des gemeinsamen Heeres und eine gemeinsame, per 1. August 1869 eingeführte Handelsflagge. Am 12. Oktober 1915 wurde auf kaiserlichen Erlass für die Marine eine Serie von neuen Flaggen beschlossen. Darunter auch eine neu gestaltete Kriegs- und Marineflagge. Aufgrund der Kriegsbedingungen kam es jedoch nie zu einer Einführung der neuen Flaggen. Hingegen sah man die neue Kriegsflagge zum Beispiel auf Postkarten abgedruckt. Auch zeigten einige österreichisch-ungarische Flugzeuge die Flagge auf dem Leitwerk. Seekriegs- und Marineflagge Handelsflagge Kriegsflagge vom 12. Oktober 1915 Die Farben des Hauses Habsburg sind gleichzeitig die Flagge des Erzherzogtums Österreich. Die ungarische Reichshälfte besaß als Flagge eine rot-weiß-grüne Trikulore, versehen mit dem ungarischen Wappen. Flagge des Hauses Habsburg Flagge des Königreichs Ungarn Von 1867 bis 1915 war der Doppeladler der Dynastie Habsburg-Lothringen das Hoheitszeichen für gemeinsame Institutionen Österreich-Ungarns. Er wurde von der Dynastie schon lang vor der Einrichtung der Doppelmonarchie geführt und symbolisierte den kaiserlichen Rang. 1915 wurde ein neues gemeinsames Wappen eingeführt. Eine Kombination aus den gleichberechtigten Wappen der beiden Reichshälften und dem des Herrscherhauses. Die Devise Indivisibilita A.C. Inseparabilita sollte die Verbundenheit der beiden in einer Realunion verbundenen Monarchien darstellen. Das kleine gemeinsame Wappen Das kleine gemeinsame Wappen Das mittlere gemeinsame Wappen Das mittlere gemeinsame Wappen Das Wappen der österreichischen Reichshälfte zeigte den von der Kaiserkrone überhöhten Doppeladler mit einem Brustschild, der die Wappen der Kronländer beinhaltete. Als Schildhalter dienten zwei Greife. Das ungarische Wappen wurde von der Stefanskrone überhöht und von zwei schwebenden, weiß gekleideten Engeln flankiert. Das kleine Wappen Österreichs Das mittlere Wappen der österreichischen Länder Das mittlere Wappen Ungarns Das mittlere Wappen Ungarns Siehe auch